Die Bullen kommen. Überlasst das Mother Russia. Die verdienen zehnmal so viel wie wir. 50.000 die Woche. Plus Späße. Hey, pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Verdammt! Keine Bewegung! Stehenbleiben! 50.000! Sie ist es wert! Wieso fahren die auf uns zu? Wieso steht ein Rasenmäher auf den Kofferraum? Wir brauchen Verstärkung! Acht Meter verletzt! Ich schätze, du meinst zehn. Lasst uns abhauen! Verbreite die Nachricht, dass ich eine Armee des Bösen aufbaue. Alle Psychopathen und Ex-Knackis sind willkommen. Ich glaube, das dürfte kein Problem sein, wenn die Leute hiervon erfahren. Sie sind einfach verschwunden? Tja, sie müssen ja nur ihre Masken abnehmen. In Straßenkleidung würde sie keiner wiedererkennen. So, alle mal herhören. Das FBI hat die IP-Adressen für all die anderen kostümierten Freaks zurückverfolgt. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, alle verkleideten Helden gleichzeitig zu schnappen. Wieso steht Kick-Ass auf der Liste? Seine Truppe arbeitet gemeinnützig. Das interessiert mich nicht! Jeder, der eine Maske trägt, wird festgenommen. Wir setzen dem heute Nacht ein Ende! Viele meinen, die Cops hätten sich an jenem Abend ungeschickt angestellt. Aber man muss den Zusammenhang sehen. Die Polizei hatte nichts gegen unsere Superhelden-Nummern, solange wir Müll einsammelten und alten Damen über die Straße halfen. Doch plötzlich wurde es ernst. Plötzlich waren wir schuld an allem, was in der Gesellschaft schief lief. Stehen bleiben! Dad hatte mich gewarnt, dass es in der realen Welt reale Konsequenzen gab. Und als sie zuhause vorfuhren, muss er sich extrem bestätigt gefühlt haben. Dave, was hast du getan? Die Polizei! Aufmachen! Die Polizei! Aufmachen! Die Polizei! Aufmachen! Die Polizei! Aufmachen!